Der Tuschel Verlag präsentiert Gemeinsam gegen einsam Der Debütroman der Autorin Sonja von Saldern Auf einer Busreise lernen sich zufällig die beiden zwangspensionierten, aber rüstigen Opernliebhaber Gunter Wagner und Siegfried Holländer kennen. Die Senioren schließen Freundschaft und entdecken, dass sie mehr verbindet als die Liebe zum Wein und zur Musik. Siegfried leidet an einer Form der Alzheimer-Krankheit. Bei Gunter wurde Parkinson diagnostiziert. Um ihren Ruhestand genießen und sich gegenseitig im Alltag helfen zu können, gründen sie eine Senioren-WG. Ihre Kinder sind davon alles andere als begeistert. Seite an Seite durchleben Gunter und Siegfried zahlreiche Abenteuer. Eines Tages bittet ihre Nachbarin und Freundin Dorota Nowak, die einen exklusiven Club betreibt, um Hilfe. Die Geschäftsfrau hat einen Brief aus ihrer alten Heimat erhalten. Gemeinsam machen die drei Verbündeten sich auf den Weg nach Estland, der in Dorotas dunkle Vergangenheit führt. Gunter und Siegfried Gemeinsam gegen einsam Ein amüsanter Gesellschaftsroman mit einem Quäntchen Tiefe Gemeinsam gegen einsam Erscheint am 8. Juli 2022 im Tuschel Verlag Als Taschenbuch und E-Book Opportunity im Tuschel Verlag